Ja, ja, warum freue ich mich so? Ihr habt auch einen Grund, euch zu freuen, und zwar herzlich willkommen zu einem neuen HowToV. Es ist wieder so weit. Wie mache ich einen Beat bzw. Musik selber am PC? Mein Name ist AresForceBeats und ich begrüße euch ganz herzlich. Ihr habt sicherlich schon lange drauf gewartet und ich hoffe, ich enttäusche euch heute nicht. Ich glaube aber, das Video wird sehr interessant, denn heute geht es um Pop. Aber nicht nur um Pop, sondern um sogenannten Mainstream-Pop, in den 90ern auch Eurodance genannt. Was genau ist das? Ganz einfach zu erklären. Macht mal das Radio an, das, was da jetzt gerade läuft, ist Mainstream-Pop bzw. Eurodance. Quasi das, was wirklich jeder momentan macht, vor allen Dingen aus dem nord- und südamerikanischen Bereich. Es hört ja gar nicht mehr auf und ich habe mir gedacht, bevor diese nervige Phase doch mal endlich ein Ende nimmt, mache ich doch noch schnell ein Video dazu, damit ihr wisst, wie ihr auch so einen modernen Sound produzieren könnt. So, da wollen wir mal keine Zeit verlieren. Ich euch nicht weiter zulabern. Wir fangen mal direkt an. Ganz kurz für alle, die das erste Mal dabei sind. Das ist wie immer ein dreiteiliges Video. Video 1, die Drums und schon mal die Bassline. Video 2, die Melodie. Video 3, wie baue ich das Ganze überhaupt auf? Wie mache ich ein Arrangement für den Song? Intro, Zwischensequenzen, Refrain und so weiter bis zum Outro dann. Und im letzten, also gut vier Teile gibt es insgesamt, da gibt es dann nochmal den fertigen Beat, welcher dann auch jedes Mal ein Freebeat ist, den ihr also gratis für eure Aufnahmen oder für eure Videos als Hintermusik verwenden könnt. Egal, wir fangen einfach mal direkt an. Und bedenke, selbst wenn du nur die Demo-Version hast, kannst du jetzt getrost mitmachen, ich verwende nur Standard-Sounds. Aber dennoch versuchen wir, dass sich das Ganze doch mal nennenswert oder lohnenswert anhört. Okay, dann gehen wir mal in die Packs rein, gehen in Legacy und dort gehen wir mal, wie es ja auch passt, in den Club-Ordner. Und dort suchen wir mal die geeigneten Elemente raus fürs Drum-Set. Eine Kick brauchen wir wie immer. Die sollte mal relativ ruhig sein, ruhig gehalten sein. Warum gleich, ja? Also hier eine, die gar nicht so viel Bass hat. Dann gehen wir noch in den Dance-Ordner und suchen uns jetzt gar nicht mit viel Knall, sondern eher nur mit viel Sub-Bass eine Kick raus. So, das ist die 3. Weil seht ihr, hier habt ihr viel zu viel Dampf hinterher. Die wird jetzt noch gehen, aber wie ihr merkt, hier ist fast nur noch Sub. Und dafür ist die erste ein bisschen langweilig gewesen. Wenn man die dann gleich zusammen mischt, wir haben immerhin nur die Standard-Pakete, dann kann man damit eigentlich eine recht gute, zumindest für Mainstream-Pop geeignete Kick machen. Aber denkt dran, in euren späteren Projekten verwendet ruhig ein paar mehr. Also ruhig mal so 6, 7 Stück ist jetzt echt so, die kann man da verwenden. Schön miteinander mixen, dann hört sich das auch ganz noch kräftiger an. Also schön in den Kanälen verteilt, dass sie wirklich von überall kommt, quasi die Kick. Weil die ist ja gerade in so einem Genre sehr überwiegend. Okay, was brauchen wir als nächstes? Eine Kick haben wir. Dann brauchen wir natürlich eine Clap. Dann nehmen wir jetzt mal wirklich eine absolute langweilige Standard-Clap. Die mischen wir aber später sehr leise dazu. Das mache ich auch heute dann mit euch zusammen. Verzeihung. So, dann brauchen wir noch, wir haben ein, zwei weitere. Dann nehmen wir mal hier so eine etwas abstruse Clap noch, die man sonst gar nicht verwenden würde. Aber wenn die schön im Mix ist, dann gibt das Ganze ein bisschen Power, weil das hier eher so ein kleines Klatschen nur ist. Mit gar nicht viel Reverb oder allgemein, das Wave-Sample ist hier sehr kurz gehalten. Und dann können wir noch, die haben wieder zu viel Reverb und klingen ein bisschen wie die erste. Hier, die ist noch recht trocken, dann packen wir die auch noch dazu. So, das soll das aber noch nicht gewesen sein. Dann gehen wir mal hier in die FPC rein, also zumindest in die Wave-Samples der FPC und suchen uns noch. Nehmen wir mal solche, suchen uns noch Tom-Toms raus, die später noch einen guten Effekt haben werden, sich gut in das Drum-Set einmischen. Dann nehmen wir einmal die etwas höhere von den mittleren und die Tiefe von den mittleren. Ein kleiner, feiner Unterschied, der aber für eine kleine Break, ich sag mal, eine kleine Abwechslung später wichtig ist. Hier, den leeren Sampler können wir übrigens mal löschen. So, yo. Gut, dann haben wir jetzt hier oben die BPM, also die Tempomatik, auf 90 eingestellt. Erinnert ja eher an Hip-Hop. Jetzt können wir ja schon mal anfangen. Was ist denn Mainstream-Pop? Welches Tempo ist das denn? Soll ich da jetzt 150 nehmen? Beim Pop hört sich ja so an, schon wieder in den Dance-Bereich, Club und so. Also ich sag mal so, es variiert hier wirklich nicht so viel wie in anderen Genres. Ihr dürftet euch eigentlich nur im Bereich 115 BPM bis 130 aufhalten. 130 ist aber schon mit Vorsicht zu genießen, weil da könnte das Drum-Set alleine schon wieder ein bisschen zu sehr nach Trans-Dance klingen. Also entscheiden wir uns für einen Kompromiss, mal so dazwischen und gehen mal auf. Also wenn ich so Mainstream-Pop mache, so auf 123 BPM, ja, dann haben wir, ja, das ist eine gute Mitte. Kann man ja auch später nochmal ändern. So, dann haben wir das jetzt eingestellt und sind mit unseren kleinen Sets, wir machen später noch eine Basslein dazu im weiteren Verlauf dieses Video, schon mal fertig. Weil hier braucht man gar nicht so viele Elemente. Ganz, ganz wichtig. Packt gar nicht so viele Crashs rein. Auch nicht nochmal Reverse Crashs. Packt keine High-Hats rein. Das macht den Beat einfach nur viel zu voll. Und wenn ihr die ganzen High-Hats in dem Tempo habt, also... Oder noch so eine Open-High-Hat, dann erinnert das wieder viel zu sehr an irgendeinem... Ja, das ist ja Elektro, aber ich hoffe, ihr könnt unterscheiden. Hört einfach mal gleich rein, dann erkennt ihr es. Also wir setzen jetzt mal die Kicks, ganz unkompliziert. Fill each four steps. In vier Steps setzen wir die. So, wir hören uns jetzt mal die Kicks allein an. Können es hier auch hier mal gerade, obwohl die machen wir nicht. So, wir hören uns die Kicks jetzt mal alleine an. Also denkt an hier den Sub und hier den etwas härteren. So, wir wollen gar nicht so viel von diesem Wumms mitkriegen. Also von diesen Puh, Puh, von den Höhen quasi. Sondern eher viel Sub haben, aber auch nicht übertreiben. Gehen wir mal beide ein bisschen runter. Dann haben wir den Sub nicht zu dominant, weil später brauchen wir noch Platz für eine Bassline. Die Kick machen wir aber dennoch ein bisschen runter, damit wir die Höhen von der Kick hier in diesem Genre nicht so hören. So, das reicht jetzt soweit erstmal. Wie legen wir die Clap dazu? Ganz einfach, auch wie in vielen anderen Genres, die so einen Vierer-Step-Kick benutzen, immer auf die zweite Kick. So, bevor wir reinhören, hatte ich gesagt, die erste Clap machen wir ein bisschen leiser, weil das die Standard-Clap ist. Die ist später, das zeige ich euch was. Da machen wir nämlich einen Reverb rein, noch ein kleines Echo. Ist sie dafür nämlich ganz sinnvoll. Wir hören mal kurz rein, wie sie es jetzt anhört. So, und merkt ihr, ich spiele mal eben auf Solo. Durch die, die ich gerade angesprochen hatte, die ja doch recht trockene und komisch klatschende Clap, die im ersten Moment gar nicht an eine Clap erinnert, die macht das hier aus, dass man diesen klubbigeren, moderneren Sound hat. Wir hören mal rein. Also merkt ihr, es klingt jetzt nicht so Standard nach K, K, wie man das immer in jedem mit FL Studio, mit der Demo-Version gemachten Song hört, ja. Dann können wir die hier ruhig, ja, die hatten wir schon ein bisschen leiser gemacht. Die mit dem Wumms vielleicht ein Stück lauter. Und die dritte, wir mischen mal dazu beim Hören. So, so reicht das jetzt erstmal. Wenn später die Elemente wie Melodie und Bass dabei sind, dann hören wir das besser raus. So, hier nennen wir es jetzt erstmal einfach gerade Drums. So, das sind jetzt unsere Drums. Die Tom-Toms machen wir mal separat. So, die Drums setzen wir jetzt erstmal zweimal hintereinander, ohne jetzt einen Break zu machen. Das machen wir gleich. Setzen wir erstmal zweimal hintereinander rein. Das klonen wir hier dann wieder wie gewohnt und machen vier oder zwei Drums jetzt, weil es ja hier gar nicht so abwechslungsreich sein muss. So machen die Tom-Toms jetzt dazu. Das finde ich ist eine kleine Besonderheit. Nennen wir auch direkt so. Aber das gibt dem Ganzen auf jeden Fall ein bisschen mehr Pep und hat man zum Beispiel bei Leuten wie David Guetta schon mal rausgehört. Okay, wir setzen die Tom jetzt mal. Hm, muss ich kurz mal überlegen. Gucken mal, ob es so schon passt. Gut, die mischen wir aber viel, viel leiser da drunter. Das ist wirklich nur, das soll kaum auffallen. Nur wenn es nicht da wäre, würde es auffallen und so ist das ganze Bild einfach voller. So, so haben wir die beiden und dann wollte ich die tieferen ja noch dazu machen. Nennen wir einfach mal Tom 2. Ein bisschen Bescheid. Die kommt immer nach der. Etwas tiefer. Wir gucken uns hier den Rhythmus an. Das können wir jetzt quasi erstmal so übernehmen. Zack, zack. Stimmt überein. Haben wir die Toms ebenso drin. Aber da es jetzt hier so eine Art Break immer ist auf dem zweiten, beziehungsweise zweiten, zwei Bars, machen wir hier noch ein wenig Abwechslung rein und setzen die mal hier hin und gucken jetzt mal, wie sich das anhört. Denkt an, hier habt ihr etwas höhere, hier etwas tiefer und hier auch mit einer anderen, bisschen anderen Rhythmie, beziehungsweise einer Tom mehr. Wir hören rein. So, wie ihr seht, während des Spielens habe ich jetzt hier gerade nur nochmal die Lautstärke reguliert. Das müsst ihr dann am besten beim Spielen hören, auch mit dem Penning. Wenn ihr ein bisschen noch links, rechts verteilen wollt, im Mixer, auf dem Kanal auch nochmal ein bisschen verteilen, macht das alles in Seelenruhe. Hier ist jetzt quasi mein kleines Templat für euch. So, wir haben gehört, das klingt doch gar nicht mal so verkehrt bis jetzt. Ist aber immer noch ein bisschen roh, aber ihr merkt, Hi-Hats vermisst man jetzt nicht so wirklich, ne? Also wenn man das so hört, könnte man sich vorstellen, dass jetzt quasi so ein kleines Intro von so einem modernen Mainstream-Pop-Song ist. Dann wird jetzt gleich eine Break kommen, jemand wird singen, Wieder mit seiner hohen, sehr komischen, hohen Stimmenhäut, die männlichen Sänger unter uns, naja, egal. Und dann wird es dann wieder weitergehen mit Drums und zum Beispiel sowas wie einer Bassline, zu der wir jetzt kommen. Das könnt ihr ebenfalls in der Demo machen, und zwar mit dem Image-Line Harmless. Davon habt ihr zwar in der Demo nur die Demo, aber dennoch reicht es für folgende Zwecke. Wir suchen uns jetzt mal einen Sound raus, hören uns mal an. Wir nehmen einfach ein fertiges Preset. Schön tief gehen, damit wir so einen Mainstream-Bass haben. Also wir reden nicht von einer Standard-Bassline wie im Hip-Hop oder so, also kein Buu, sondern schon eher so Saw-mäßig, ne? Saw-Bass. Okay, wir gehen mal ein bisschen nach links, suchen mal raus. Ich hätte gerne eine mit ein bisschen mehr Penning. Ja, die ist doch ganz gut, ne? Da spielst du noch ein bisschen mit den Boxen links und rechts, dann hört sich das Ganze doch noch ein bisschen schöner an. So. Jetzt achtet drauf, wenn ihr die Bassline legt, zum Beispiel geht jetzt auf den C, das hier oder das hier oder das hier, ist ja immer das C in der unterschiedlichen Oktave, dann passt den Bass natürlich eurer Melodie an. Das heißt, wenn eure Melodie zum Beispiel aus dem, dem und dem Ton besteht, diesem Akkord, dann verwendet nicht das C, dann geht mit eurer Bassline in den Ton. Dann passt es besser, ja? Nehmen wir mal den. So, das setzen wir jetzt nicht am Anfang ein, sondern quasi immer, könnt ihr auch direkt nebeneinander legen, falls ihr euch da nicht so gut orientieren könnt, immer auf den zweiten quasi, von diesem Viertel aus dem Bar. So, und das Ganze machen wir jetzt viermal. So, jetzt hören wir uns die Bassline erst einmal alleine an. Gehen wir oben auf Solo, auf den Pattern. So, hat doch schon mal so weit funktioniert. Brauchen wir auch kaum jetzt Abwechslung erstmal drin, das machen wir dann später angepasst an die Melodie, weil dafür ist das Penning ja hier, damit das nicht konstant immer noch ein Brr, Brr, Brr klingt. Und ihr merkt, ihr habt zwischendurch einen Bass und zwischendurch aber auch so einen Saw, so einen Brr, Brr. Ne, und das ist auf jeden Fall auch nicht schlecht. Darum Imageline Harmless hierfür ganz gut zu empfehlen. Nennen wir eben mal um in Brr, dann wissen wir bescheiden, nicht Bass, sondern Brr, und jetzt hören wir das mal an, ob das denn überhaupt zusammenpasst. So, passt auf jeden Fall. Wenn ihr aber jetzt gar nicht mehr lange warten wollt, bis aufs nächste Video zur Melodie, dann könnt ihr schon mal, dafür mache ich jetzt hier extra nochmal einen zweiten Brust auf, schon mal einen kleinen Break einbringen, indem ihr hier oben, das habe ich mal in Eiffel Studio von A bis Z Tutorial erklärt, dieses kleine Häkchen aktiviert, dann gebt ihr ein paar Oktaven nach oben, so, hier werden wir jetzt eine höher, nehmen aber noch eine höher, hier hin, und setzt mal den letzten mit diesem gedrückten Pfeil hier oben hin. Dann bekommt ihr nämlich, dann bekommt ihr nämlich so einen kleinen Pitch-Bending-Effekt. Pitch-Bending hatten wir auch mal im Tutorial, ist quasi dieses Rädchen links am MIDI-Keyboard oder USB-Keyboard oder sonstigen Master-Keyboard. Da findet ihr das und das ist quasi, wenn man die Taste mal hochzieht. Wir hören mal rein, von mir aus direkt im ganzen Song. Ja, das hat ja super hingehauen, wieso kam der Sound denn jetzt nicht? Das verstehe ich jetzt allerdings auch nicht, wir wollen das Video aber nicht unnötig lang in die Länge ziehen und probieren es jetzt einfach mal ganz kurz, damit ihr wisst, was ich meine, mit einem anderen Sound aus und hoffen, dass der diesen Effekt jetzt mal übernimmt. Dazu öffnen wir einfach jetzt mal ganz schnell, aber wirklich ganz schnell den Sawer. Den habt ihr nämlich ebenfalls in der Demo-Version. Wir lassen jetzt auch den allerersten Preset-Sound drin, wie er gerade ist. Vielleicht wollt ihr sogar lieber den verwenden und hören hier nochmal kurz auf Solo, welchen Effekt ich denn meinte. Ne, ihr habt es verstanden. Wir hören zusammen an. Ups, der war noch eine Oktave zu tief. Oder zwei. Ne, eine. So. Merkt ihr, bringt auf jeden Fall noch ein bisschen Pepp rein. Ihr könnt da beim ersten zum Beispiel, damit wir den Effekt jetzt nochmal ein bisschen besser demonstrieren, ohne Störung, genau im Gegenteil machen. eine Oktave runtergehen. Ich mach's immer eine Oktave, damit derselbe Ton quasi getroffen wird. Wir hören mal rein. Jetzt nur mal ein Beispiel. Nicht so setzen, aber. Und so weiter und so fort. Dann könnt ihr ein bisschen noch variieren. Dann braucht ihr gar nicht lange auf die Melodie warten. Und der Bass, der sich von mir aus gar nicht der Melodie anpassen muss, ist auch schon ein bisschen flexibler. So, Leute. Dann würde ich mal sagen, Schuldigung für die unangenehmen Störungen und das kleine Schneiden einmal zwischendurch in diesem Video, falls es euch überhaupt aufgefallen ist, bei meiner Professionalität, bei diesen tollen Videos hier. Wie gesagt, es tut mir wirklich leid. Sollte nicht vorkommen, aber man lernt ja nie aus. Und ich sag mal soweit, beim nächsten Mal geht es weiter mit der Melodie. Und es wird noch viele, viele weitere super tolle Sachen geben. Glaubt mir, dazu werde ich auch noch ein kleines Video machen. Also, habt noch einen schönen Tag. Wenn ihr noch Fragen habt zu diesem Genre, bitte fragt. Und ich hoffe, ich hab für das erste Video nichts vergessen. Ansonsten hole ich es im zweiten nach. Also seid gespannt. Da geht es weiter mit bombastischen Melodien, mit denen ihr auf jeden Fall die komplette Club-Szene aufräumen werdet. Und euer nächstes Feature mit David Guetta garantiert sein wird. Nicht. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.